Achtung Minecraft! Für jeden zukünftigen Minecraft-Content darf nicht jeder Abonnent komplett rückwärts einmal zusammenschlagen. Als Beruhigungsversprechen, das ist das einzigste neben einem einzigen anderen Projekt zur Zeit. Also, sorry, Communities! Wow, so schnell kann man 10 Sekunden vor seinem Video füllen. Äh, ich meine, der Schutz vorher ist natürlich komplett ernst zu nehmen. Man muss ihn natürlich rückwärts lesen, sonst versteht man den nicht. Und, wer fällt das auf? Hm, schreibt mir in die Kommentare. Klappe! Wie viel kann man bieten in der vierten Klasse? Oh, fragt das klein Alex. Weißt du, einer aus meiner Klasse hab ich so ein Bild gezeigt und sie so, das hast du safe gefotoshopt. Aber nein, hab ich nicht! Ich will gar nicht wissen, wie du aus dem Tänzchen in der vierten Klasse warst. Stell dir vor, so eine Mischung aus Tanzverbot und Mänderis. Dann hast du's! Mann, bin ich dumm! Ich kann mir grad die ganze Zeit nicht weiter. Ach, und was soll ich jetzt sagen? Ich rasiere euch, ähm, ich bin Juliette Abdiel. MAAA! Ja, erlasst du doch heute! NAAA! Ich bin bei Checkpoint 3, ihr Wichser! No, god, please, no! No! Kann sein, dass du grad leicht auslustest, aber ganz! NEEE! NEEE! Falls ich mal im Bildschirm einschlag, ich habe noch einen zweiten. Erst nicht drei? Ich glaub, den hab ich verkauft für Cs Ghosts. Wir haben noch 20 Minuten so, also an dich gerichtet, ich schaff's eh nicht. Oh, bitte, bitte, JAAA! Checkpoint 5! NO! GOD! PLEASE! Ähm... Das war ne Kampfansage. Ja, Kampfansage hättest du auch bei deinen 100 Abonnenten Specials. NAAA! Checkpoint! Ich glaub, ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. Ich glaub, die Ansage hat meinen Stuhl verstanden. Das glaub ich dir. Das glaub ich dir. Aber in der besonderen Sprache, die ich eigentlich bloß in Aufnahmen und Streams benutze. 馬 erhöhtm volunteers. Untertitelung.